Das Brigantencamp ist tot. Der Vagabund-Magier ist auch weg. Das heißt, wir müssen wieder zurück frische Truppen holen. Ja, also das können wir dieses Spielchen gerade nicht spielen. Naja, das Titanschwert. Ihr sollt das nicht aufheben. Wie weiß ich, wie kriegt man die dazu? Etwas fallen zu lassen, es aufzuheben. So, jetzt liegt es weit genug weg. So. Dann können das nämlich meine Orcs aufheben. Naja, keine Ahnung, was sich in dem Hain hier befindet, aber ich möchte das nicht mit dem paar Truppen rausfinden. Und deswegen werden wir wieder nachfüllen gehen. Nochmal auf dieselbe Art und Weise. Das wird zwar wieder ein bisschen dauern, aber wir kriegen unsere Truppen zusammen. Nachher im Sumpf kriegen wir sehr viele Truppen. Weil dort viele Krypten sind, die wir komplett leer machen werden. Einfach damit sie uns nicht mehr nerven da oben. Ja, hier müssen wir allerdings jetzt wirklich, wirklich warten. Wobei, ich werde auf die Orcs wahrscheinlich für dieses Mal verzichten. Einfach die kleinen Skelette und die Zombies, die hier rausgespuckt werden, nehmen. Und dann gehen wir hier rum. Machen das kaputt. Dann gehen wir die Bärenlager kaputt machen. Also, ja, jetzt noch zweieinhalb Minuten warten. Weil sonst dauert das Ich zu lange. Wir können dann irgendwann später, wenn die beiden wieder voll sind, also, wenn wir andere Sachen gemacht haben. Wir haben ja noch sehr viel. Zum Beispiel hier unten den ganzen magischen Wald. Hier haben wir ein Lager. Also an der Stadt vorbei. Hier das Lager. Hier die Tore sind zum Glück verschlossen. Hier oben sind noch Sachen zu machen. Können wir nachher zum Beispiel mit einer normalen Orca-Armee teilweise dann erledigen. Dann müssen wir nicht unbedingt auf Untote zurückgreifen. Wie wir es jetzt gerade tun. Haben wir auch weniger Schere rein, als wir jetzt im Augenblick haben. Gucken wir mal in die Städte wieder rein. Matavir braucht nix. Radar-Clan braucht auch nix. Der Clan braucht auch nix. Und ich glaube, in der Nekropole ist es sowieso nix. Okay. Eine Minute noch. Eine gute. Dann können wir wirklich mit unseren Orcs alles, was hier ist. Ja, die verpackten Quests sind sehr interessant. Dann können wir auch mal kurz gucken, was passiert, wenn wir mit unseren Orcs nach Matavir gehen. Na komm. So, die kann ich mir schon mal holen eigentlich. Weil komischerweise, die hier oben wollen nichts. Von denen hier unten. So, da spawnen sie wieder. Die Wächter. Und dann verschwinden die Wächter. Ich habe halt leider noch nichts, um Untote zu heilen. Das ist das Unpraktische. Und ja, sobald ich Zugriff auf schwarze Magie habe, hätte ich was, womit ich Untote heilen könnte. Ich finde es ja doch krass, dass man Untote vergiften kann. Gut, haben wir auch ständig benutzt. So, dann können wir jetzt mal unsere anderen Jungs nachziehen. Das jedoch ist scheiße. Das ist scheiße. Also, sicherheitshalber Quicksave machen. Nicht, dass meine Orcs wieder in meine Untoten reinlaufen. Also, ja, nach Matavir geht's hier hinten. So, meine Orcs gehen an den Krypten vorbei. Das ist gut. Wir können hier alles einsammeln. Das ist gut. Okay, so wie es aussieht, ist das hier ein Naturding mit Elbkoreans. Die nix aushalten, wenn Zombies sie bespucken. Ein verzauberter Hai. Das ist gut. Let's go. Let's go. So. Das heißt, das hier haben wir alles. Das heißt, wir gehen jetzt an der Stadt vorbei, ohne dass sie uns feindlich gesonnen wird, hoffentlich. Titanschwert vom Bärenlager, mhm. Ja, ist schon recht. What? Yes, yes. It won't move. Yes. Das brauchst du mir nicht fünfmal sagen. Yes. Yes. Noch eine Wissensschriftrolle, diesmal für euch. So. Es gibt nämlich auch mehr Erfahrungspunkte. So, mal wieder ein Quicksave machen. Yes. What? Let's go. Let's go. Also scheinbar haben sie keine Probleme damit, wenn wir hier direkt dran vorbei latschen. Yes. So, machen wir noch den letzten Bär kalt und dann gehen wir nach da. Oben erst mal. Machen wir noch das Bärenlager da oben kalt. Let's go. Da kommen nämlich meine Orks. Sie können nämlich gerade das Zeug da einsacken. Sobald meine Untoten vorbei sind. Wenn sie nicht festhängen würden. Wenn sie nicht festhängen würden. Was? Was? So. Vielleicht verkaufen wir mal das Fleisch. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. und auch das Holz. Dann holt ihr erst mal das da ab.